Mit dem Start des Lockdowns ist eine grosse Unsicherheit entstanden. Wir wussten nicht, wie lange es geht, was kommt auf uns zu. Am Anfang des Lockdowns kam vor allem für mich die Frage auf, wie wir im Alter aussehen, wie viel wir arbeiten gehen, wie wir genug Hygienemassnahmen haben, damit ich wirklich auch meiner Familie Sicherheit geben kann, wenn wir immer wieder arbeiten gehen, auch für meine Angestellten, die mich begleitet haben. Dann hat sich das Ganze etwas umgemünzt und es sind auch vor allem die finanziellen Aspekte gekommen. Kann ich das alles stemmen? Kann ich das alles wälzen? Trotzdem Umsatzeeinbussen, die natürlich massiv sind? Ich habe mich mega gefreut über die Variante. Ich habe ganz am Anfang, als das Lockdown gestartet hat, das Telefon bekommen von meinem Betreuer. Uns ist dieses Unternehmen mega wichtig. Sag mir, wie können wir die supporten? Gibt es etwas, was dir wichtig ist? Was brauchst du? Sag einfach, wir sind da. Das hat mich mega aufgestellt, weil es einfach so wie ein Stein von der Schulter fällt, wo ich gemerkt habe, yes, ich habe den Support und die Globe an mein Unternehmen. Es war sehr spannend. Ich habe mir gar nie grosse Gedanken gemacht über einen Mieterlass. Eines Morgens, als ich bekam, habe ich einen Brief mit zwei, drei Zielen von der Variante, dass sie mir die nächsten zwei Mietzinsen erlassen. Ich habe mich mega gefreut, weil ich gar nicht mit gerechnet habe. Und habe mich natürlich sehr aufgestellt. Wir dürfen ab sofort eigentlich wieder Patienten behandeln, was mich mega aufstellt. Gewisse Unsicherheit, dass ich da wieder das wird. So ein bisschen der Smart Restart, wie das wird werden. Da ist eine gewisse Unsicherheit da. Aber ich denke, die Freude nimmt gleich überhand, dass wir wieder arbeiten dürfen. Und dann nicht das wirklich mit genauer günstigen in einem guten guten Teller muss können wir stehen in protective darüber werden. Vielen Dank.